Die Vulkaneifel. Ihre mächtigen Feuerberge sind seit Jahrtausenden ausgeglüht. Tief unter der Erde liegen heute Mineralquellen, in denen ungewöhnliche Kräfte walten. Eine dieser Quellen ist Eifelstein. Hier wohnen die Quellgeister und ihre Beschützer. Kommt schon, wir trocknen den See aus. Dann ist nichts mehr mit Busten für diese Dinos. Dann hat es sich ausgeboostet. War doch kein Regen angesagt. Oh, hallo. Oh nein, der See verdampft schneller, als er sich auffüllt. Ach, da kommt das Wasser her. Genau. Regenwasser versickert und fließt durch Gesteinsschichten zu uns. Auf dem Weg wird es gereinigt und nimmt Mineralstoffe auf. Hochinteressant. Aber Wissenschaftlerei hilft hier nicht. Los, Leute. Macht dann. Denk noch. Denk noch. Yeah. Totale Miner-Power. Miner. Genial. Sorry, Pyros. Dein Plan ist wohl ins Wasser gefallen. Du bist kein Quellgeist. Du bist ein echter Quellgeist. Yeah. Yeah. Nein. Yeah. worry people. Yeah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017